Weihnachten. Ganz Deutschland trieft vor Festlichkeit, Eierpunsch und gebrannten Mandeln. Oh, sagte ich, ganz Deutschland? Nicht doch. Ein kleiner Weihnachtsmarkt in St. Pauli auf dem Spielbudenplatz leistet dem Festtagskitsch erfolgreich Widerstand. Und hier lebt auch der einzig wahre Weihnachtsmarkt, Santa Pauli. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Klingelingeling, Hamburgs Geister Weihnachtsmarkt ist hiermit feierlich eröffnet. Das Schöne ist am Santa Pauli Weihnachtsmarkt, dass es sich immer weiterentwickelt und immer gemütlicher, schöner wird. Auch der soziale Aspekt ist gut, dass hier Dinge aus Santa Fu verkauft werden. Angucken muss man sich immer wieder was, weil man weiß nicht, was es Neues gibt und es gibt haufenweise zu entdecken. Und was ich toll finde, dass ich mich nicht mehr so gut fühle, dass ich mich nicht mehr so gut fühle, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Und was ich toll finde, dass sich hier die St. Paulianer treffen, aber auch die ganzen Touristen, es gibt einen lustigen Mix und hier lernt man immer was kennen. Das ist ja das Schöne. Also hier geht man nie alleine nach Hause und wenn, oder? Möchtest du schon mal alleine? Ehe ich jetzt alleine? Hallo?